TTT Event, Anni wird sterben. Nein, ich hab dich aufs Sorge. Oh, Alter! Scheiße! Wie alt wann war der Traitor? Scheiße! 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 Rebirth! Scheiße! Das war nicht gut. Alter, Mann! Nice! Ich bin begeistert, dass ich nicht mal was tun musste. Andi, das tut mir leid. Willst du nicht was tun? Ich bin ein fauler Terrorist. Ein fauler Traitor. Ah, Mann. Das von sie alle und laufen alle weg, obwohl hinter ihnen überall Shotguns liegen. Unerkannt, ungebannt. Ei, ei, ei. Ei. Also die Runde war echt gefehlt. Gefehlt? Was hat der denn überhaupt gemacht? Ja, ich hab ähm... Andi hat typischerweise auf mich geschossen. Gefehlt. Dann gebe ich ihm Headshot, obwohl er so eindeutig Deater war. Ja, das ist auch dumm von der Runde war. Ey, lasst mich doch in Ruhe! Ei. Ja, der hat ja geschossen. Stopp. Ja, okay. Andi war Traitor. Andi war Traitor. Andi war Traitor. Ach, das ist der Deater. Wer ist... Wann war? Naja. Deater! Hä? Hier kann man nicht außerhalb der Karte? Nee, irgendwie ist das ein bisschen komisch. Andi, doch. Bisschen. Da schieß jemand. Ja, ich hab schon geholfen. Ah, Skrieve ist jetzt eigentlich Traitor. Nein, ich hab Andi gekillt, der war Traitor. Nee, genau andersrum. Mhm. Aha. Vielleicht bist du Traitor. Ist Axe jetzt eigentlich Traitor? Könnt ihr mal. Ja. Ach, Alter! Ohpala! Oh Mann! Das war kein Luck-Shot. Ich wollte dir so oder so ein Headshot geben. Ach Mann, ihr hätt die geholen sollen. Ey. Gubi, ich hab dir ausgesehen. Ich will auf die Hacker-Position. Was? Dich verarschen. Ganz ausgesehen. Ganz ausgesehen. Ich wollte auf Axe schießen. Ja, hab ich gesehen. Ja, der war schon tot. Ja, der will jetzt zählt, ne? Kennt ihr eigentlich noch alter Ibnetz? Hä? Gesundheit. Das war... Da konnte man Modern Warfare 2 mit einer nicht-legalen Version online spielen. Oh. Legale Sachen. Sowas mach ich nicht. Sowas kenn ich nicht. Okay, tschüss. Die Aufnahme ist, kommen jetzt nicht-jugendfreie Sachen. Oh, jetzt kommt Ponus. Jetzt kommt Ponus, Alter. Geil. Oh, ne, ja. Die zieht sich ja auch noch. Die Programm und brutale Gewalt. Ich glaub, ich muss Flory erschießen. Ja, ich glaub, ich muss Flory erschießen. Wann war es Dete? Oh, du wirst schon wieder. Äh, ja, das hab ich mich auch gerade gefuckt. Wo ist hier denn die Muni? Wann war hier? Hier muss immer mehr Waffen spawnen. Hier sind ganz viele Waffen spawnen. Ja, aber Muni! Na, du wirst nicht mehr. Ne, 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 ne. Waffen sind ja auch genügend. Waffen sind hauptsächlich außer... Ja, Muni ist aber zu weh. Du hast nen Headshot kassiert, du alter Motherfucker. Ne, eigentlich sind hier genügend Waffen für... Wie was? Ragequid jetzt ohne Spaß, ne. Ne, ne, ne. Ich war auch kurz davor. Ne, ne. Das war jetzt echt ein Ragequid. Der hat... Hä? Der hat nen Headshot kassiert. Was war jetzt los? Flory! Warte mal, wer ist der Brief ist das Buben? Flory oder Andi oder ich? Was denn jetzt schon wieder? Ja, weil... Hä, wir haben doch Zweitfilter. Ja, aber... Ja, einer ist tot und Grievous... Hä? Wie einer ist tot? Grievous hat Goom getötet, der Trader war... Achso! Und er ist geliebt, geragequid. Achso! Nimm da mal die scheiß Leiche vor dir weg! Das war bestimmt fehlender Skill. Alter, ich schieß grad auf Grievous. Flory, ich war da... Scheiß Gareth mod. Aber scheiß Server. Bis denn davor war das nun nicht so schlimm. Das ist fehlender Skill. Falls es dich rüstet, ich hab die Runde gewonnen. Ja, der hat dein Kadarro vor sich gelegt und ich hab den mir schrotz penetrieren wollen und genau dann tut dein Kadarro fort davor. Und überlebt den Scheiß. Ich glaub, dich als Schild änderst, Motherfucker. Ja, aber Muni, schön ist dir aber so eindeutig genießt. Schön, dass du dir den Händ schon einfach gesagt hast. Nee, natürlich nicht. Ich mach das Wort sagen, dass wir auch Muni direkt mitwirren nicht. Ja, ja, ja. Nee, diesen getrennt. Hey, wieso werd ich denn jetzt gekickt? Nicht, wann war es Trader? Du Spasti! Nein! Ich wollte Detektivs sagen. Wow! Echse! Ey, das war ich nicht! Das ist wahr. Nein, das warst du nicht! Na, Flori. Ja, toll, ey. Ja, warum wurde ich denn jetzt einfach nur random kill? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nichts auf die Reihe mehr. Kürz! Obwohl ich ihn jetzt einfach nicht killte, hallo. Weil Andi dich verschossen hat, ich weiß nicht so. Wahrscheinlich, weil der Traitor war. Was? Nee, warum nicht? Hä? Du war Traitor? Warum hast du mich erschossen, Andi? Ich hab gedacht, du bist... Das war wirklich RDM. Los. Ja. Ich hab gedacht, der kommt nicht mehr rein wo draußen. Kommt übrigens eh nix mehr. Doch! Da kommt man rein. Achso. Ja. Über das... Dieses Rohr. GZ? Andi, GZ? GZ? Ne, das muss ich mal in Mario machen. Oh, ich glaube, ich hab Andi ausleben oder so. Wo ist Andi? Ich weiß nur nicht, ob man von... Echt jetzt? Nein, das willst du nicht. Ach, warst echt? Ach, du bist leid. Das ist doch irgendwas wahr. Ach, das läuft Indie rum. Indie? Das ist gar nicht so gewesen. Oh. Kann man eigentlich irgendwie von... Flori, du hast geschoppt. Du bist rückwärts gegen... Nein. Andi, du sollst ein bisschen vorsichtiger sein, wenn man auf der Suche nach dir ist. Ja, aber Schoppen... Ich seh Schoppen immer noch nicht als... Eindeutig. Wenn du die ganze Zeit hier stehen bleibt und immer vor und nach hinten läuft... Ja, okay. Wenn's so übertrieben ist, dann ja. Flori, bist du mit dem Rücken gegen die Wand gelaufen? Du wolltest mich so töten von daher. Ja, deswegen... Okay. Man kann nicht von innen nach außen, okay. Aber Flori, für die Lüge sollte ich dich erschießen. Sorry, aber... Hey, Flori! Ich war's gar nicht. Was laberst du? Ich war's gar nicht. Das könnte auch Grievers gewesen sein. Grievers, schieß es mal. Hm. Was? Grievers, mach mal einen Schuss einfach nur. Andi? Na, auf Wann war? Nee. Verzichtig. Äh, Flori ist es. Hinter... Ja, Flori ist es. Äh, hinten beim... 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 Wo die Sniper immer sind, ähm... Ja. Genau. Bin's nicht. Ach, jetzt will ich aufzaunen? Oh, man kann durch den Zaun. Nein! What the fuck? Ja! Ohohoho. Jetzt will Goom die Skills auspacken mit dem G36, ja? AK. Ja, ich kriege jetzt einfach den, den ich sehe. Tschüss. Danke. Äh... Das ist random. Oh, okay. Entschuldigung. Kann es sein, dass ihr... Achter... Ohoho. Ich bin erschrocken. Ah, Mann. Ich hab doch gesehen, dass... Ich hab den nicht nur Einschuss gedrückt. Mhm. Mh... Ach, vielleicht sein. Ey, Goom hat mich getötet. Hm. Ja. Außer dich. Außer dich. Außer dich. Außer dich. Außer dich. Außer dich. Ich bin ne Rusche. Ne, außer dir. Du bist ne Rusche. Du bist ne Rusche. Rusche. Ne Rusche. Ne Rusche mit Wodka. Ohoho. 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 Ach, Boom. Du hast mit C halt geschockt gerade. Ich hab nicht geschockt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, Axel schießt schon auf mich. Ja, toll. Du schießt auf mich. Nee, nee, nee. Du hast Axel gesagt. Hey, wake up. Und er war T. Oh nein. Chantal ist auf dem Server. Nein, davon nicht. Nee, du Detective Bobby ist noch auf. Haha, Axel ist tot. Wie gesagt, Chantal ist auf dem Server, ne? Was, Chantal? Ja. Oh, mit Kevin Chantal? Ja, ja, genau. Wanwar oder Andi, sag ich mal. Oh, da darf ich einen zu töten jetzt. Ja, darfste. Ey, nur... Goom! Yeah. Andi! Aber nicht du, Goom! Ach, verdammt. Detective Leap! Nee. Das war nicht zugleich. Okay, das war eine Scheißrunde. Merkel, wenn Wanwar nicht Detective ist, ist er Traitor. Der Brief hat nein gesagt. Ja, ich war mir noch nicht sicher, aber dann hast du kurz in die gleiche reingeschaut, wo du hast ihn gekillt oder was Andi oder Wanwar. Ich hab schon eine ganze Zeit noch gefordert, den Tötendorf. Oh, mein Mann darf töten. Ihn nicht töten. Ich wollte dich aber töten. Aber das darfst du nicht. Ja, ich bin ein Admin, ich kann dich wärmer bannen. Wenn ich jetzt möchte. Ja, aber Wanwar, das ist ganz normal, wirst du? Wir fahren bei dir vorbei und... Ich habe ein Bedürfnis, wenn ich schon nicht in echt töten darf, dann wenigstens hier. Ne, dann lieber in echt. Okay, dann komme ich eben in Mainz vorbei. Ja, okay. Da nicht fangst. Ähm. Lol. Das war ein gezielter Angriff auf ne Dete. Auf Dete? Wann war? Wann war schon wieder Dete? Wann war? Du bist außerhalb der Map? Das tue ich nicht. Ey, ey. Boom. Boom ist es. Kugelschieße in die Stücke. Oh. What the fuck? Wie schnell hat die neue Runde bitte begonnen? Ja. Gib mir doch die... Scheiß. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann nicht so Waffe wechseln. Wann war... Tut mir echt leid, du warst außerhalb der Map. Normalerweise... Tut mir... Alter! Stopp! Lol. Da wollte ich grad... Flori, ich wollte grad sowas so auf dich schießen. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach mal wieder einen Kill brauche, um wieder in Fahrt zu kommen. Egal. Immer wenn ich J-Double kriege ich grad keinen Kill, weil ich brauch einfach mal wieder einen Kill. Die Auge ist ein bisschen genauer geworden. Es läuft bei mir grad gar nichts. Ich weiß ja nicht, was bei dir falsch gelaufen ist. Aber... Ich auch nicht. Aber... Aber... Genau, Kartoffel? Irgendetwas ist falsch gelaufen. Na, hat so viele Waffen bei uns außerhalb der Map-Karte? Ja, das ist... Das ist ziemlich kacke. Habt ihr einfach von einer riesigen Karte, aber es sind genügend innerhalb der Karte noch. Ja, das stimmt. Ausnahmsweise, ja. Bin Detective. Ausnahmsweise. Äh, nö, bist du nicht? Äh, nö, bist du nicht? Goon, du Ratte! Nein! Grievous! Okay. Das war... Goon! Da war ein Traitor. Ich hab' nicht mal in uns zu sein. Ja? Willst du nochmal Schaden kriegen? Nein! Warum nicht? Dann drück' ich dir einen rein. Nee! Ich schaff' ja eh egal, ob als du oder als Traitor keinen Kill gehabt. So! Es wird jetzt ne Amor-Runde. Wanda, Wanda, Wanda! Ich bin hier wieder. Oh mein Gott. Ähm, gibt's hier mal Waffen? Exe, hast du ne Waffe für mich? Wuh! Exe, schieß auf mich! Ja, weil ich mein Kill brauch. Sorry. Okay, sorry, tut mir leid. Nice. Wir haben John, wir haben drei Traitor. Warum, warum bin ich eigentlich immer mit Andy Traitor? Hä? Ich wollte alle Leute töten. Ich hab' nicht einfach zufällig gesehen. Einfach so. Ach so. Warum bin ich die ganze Zeit mit Andy Traitor? Ich hab' sogar meinen Amoklauf angekündigt, wie man das als vernünftiger Amokläufer macht. Nee, das ist nicht so. Oh, okay. Tut mir leid, Andy, du kannst mich jetzt gerne umbringen. Jetzt hab' ich wahrscheinlich nicht schwer gemacht. Du bist ja trotzdem gestorben. Ja, ja. Wie ich's'n vernünftiger Amokläufer macht. Er ist gerade reingekommen. Der kündigt's an. Opa! Stirbt. How to be Amokläufer. Ja, genau. Ey, das wär' immer voll gut für How to be, äh, für How to basic. Wirf' der dein Eier auf die Opfer. Ich hab' nicht geschossen, der hat einen Shotgun. Ich hab' nicht geschossen. Wirf' nicht geschossen. Irgendjemand mit einer einzelnen Schusswaffe. Schmeißen hier, kannst gerne meine Shotgun nehmen. Irgendeiner mit einer Hulk-Automatik, außer Shotgun. Hulk-Automatik? Ich habe eine Hulk-Automatik. Ich habe eine Hulk-Automatik. Ja, Winchester ist er wahrscheinlich. Hä? Ist das eine Hulk-Automatik? Winchester ist ein Unterhebel-Gewehr. Hä? Ist da oben? Ach gut, ist es da jetzt hoch. Winchester ist ein Unterhebel-Gewehr. Winchester ist ein Unterhebel-Gewehr. Ja, auf jeden Fall. Ja, alles klar. Oh stimmt. Ich will irgendwie Anti töten. Weil der Unterhebel-Gewehr gesagt hat. Warte, wie weh ich? Ah, das geht nicht. Wow! Ähm... Ja, Andy, du hast die Zaube geworfen. Wann war? Wann war es geschossen? Äh, wann war es? Oh, Alter! Wow, fuck! Woher? Hinter dir. Was war das gerade? Was ist das denn? Was? Wie schlecht du bist, Andy. Alter, Andy, du bist durch dein eigenes Zivier gestorben. Wie hast du das denn hingekriegt? Was? Ne, Florian hat mich weggemacht. Doch, du bist durch Zivier gestorben. Oh, Tatsache. Nein. Nein, Shotgun. Da steht nur, dass er zu viel gelegt hat. Oh mein Gott. Andi, das war so klar, dass du es bist, wenn Andi war. Wenigstens habe ich jetzt mal ein paar Kids hingekriegt. Die Taube hat es gemacht. Mal wieder seit langem. Ja, und ich habe noch mehr Kids. Ach, äh, ich habe übrigens auf dich geschossen, Goom. Ach, danke. Ne, weil du musstest ja auch einmal auf den D-Tisch schießen. Siehste. Aber jetzt sind wir quitt. Nee. Doch. Ja, so gehört sich das. Ach, Gicht ist schon drinnen, okay. Ja, ja. Wow, 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 warte mal, warte mal, Goom. Aber hier oben ist man natürlich das Ziel des Ziviers. Und man weiß es. Nein, ich habe einfach nur auf Goom geschossen, weil er auch auf mich geschossen hat. Das ist eine Fede. Ich habe gesagt, ihr habt es gesehen, wann war es es. Und, okay. Andi, wann war es es? Da hinten sind aus der Ecke kommen, Mannhacks, scheiße. Rivas. Mach auf was, Mannhacks, Gumi, hinter dir, Mannhacks. Hinter dir sind Mannhacks. Ach so, das. Wow, scheiße. Flori. Mannhacks, scheiße, Mannhacks. Ich habe mich schießen. Ich weiß nicht, sorry. Ach, ach. Ach, Mannhacks. Gegen die scheiß Mannhacks kann man hier nichts machen, wenn man keine Schotty hat. Wann war? Ja. Was warst du? Ich war inno. Schade. Die beiden Traitor haben überlebt. Also irgendwie ist das schon eine ziemlich randomige Runde. Ja, würde ich aber auch sagen. Das ist halt Rust, ne? Das ist COD, da darf man das. Ich bin da staunt, dass ich bloß dreimal gestorben bin. Rust ist auf den COD einfach gut draufgebollert. Da kannst du nichts anderes spielen als ein Deathmatch. Das geht nicht. Das ist wie ein Nuke. Ja, die Map ist auch viel zu klein, finde ich. Nein. Ja, es gibt kleinere Maps. Stell dir mal vor, du spielst. Stell dir mal vor, du spielst. Ich bin trotzdem viel zu klein. Die ist offen und klein. Hallo, Excel. Hallo. Also, wir haben es schon probiert. Also, es geht wirklich nicht. Du kannst am Anfang schon mit einer... Wir sollten uns mal einen Nuke suchen. Habe ich schon versucht, aber... Der Nuke von Cisco. Nuketown. Ach, auch Nuketown. Nein, von Cisco. Na, ne. Ohhhh. Nuketown ist auch cool. Das wäre auch mal eine coole Map, ich verstehe. Ach, du meinst dich von der... Von... Von... Was hab ich denn? Oh. Ein Bulldozer. Ach, das ist gar keinem Auffall. Da ist keinem aufgefallen. Koldete. Min 4. Koldete. Da. Wer das jetzt alles reinguckt. Andi hat der jetzt reinguckt. Ich hab da jetzt reingeguckt. Ja, ich hab ja geguckt. Also, ich guck auch nochmal eben rein. Koldete. Koldete, um sicher zu sein. Amo doch schön. Ja, jetzt. Und? Einen Trader war mindestens drin. Oh, oben, 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 oben. Flori, Flori. Ist das Flori? Nein, ich bin's nicht. Ach, come on. Warum ist denn keiner gestorben bei dem Headcrap? Ja, weil ich vorgewarnt habe. Nein, Felix, lass mich. Oh, okay. Wir haben so viele Schaden bekommen, aber niemand stirbt natürlich. Tja, wir sind unverwundbar. Sag das lieber mal nicht. Was sagt die Uhr eigentlich? Okay, wir sagen das mal lieber Minuten. Gicht. 10 Minuten noch. 10 Minuten? Wieso noch 10 Minuten? Nein. Das ist unverwundbar. Wieso hast du mit 10 Minuten gesagt? Nein, bei 18 liegen wir. 18? Ach so. Ich hab übrigens mit 10 festgestellt. Ja, ja. 10 drin. Das sind noch 18. Ah, logisch. Oh nein, da muss ich Google wieder erschießen. So. Hi. Hi. Na Krius. Wo? Wann war geschossen? Okay. Wann war geschossen? Wann war auch geschossen? Du bist inno. Andi ist inno. Ja, Andi ist inno. Also Wann war hat ihn gekillt. Ich hab jetzt nur geschossen, weil Wann war ist halt leider tot. Wann war willst du wieder leben? Belebe mal Wann war wieder. Wann willst du mal wieder leben? Los, schwamm aus. Such den Traitor. Ich bin, ich bin inno. Ich stand's grad nur so um. Oh, der schießt doch nicht, der Schiff! Ja, du hast auf mich geschossen, der extra Pech gehabt. Das war ne Grenade. Scheißegal, du hast auf mich geschossen. Das war ne Disco. Mit Pogo, hoff ich. Was machst du denn da? Kann man den, den kann man sogar rausschmolzen. Ja. Kann man aber nicht mehr raus. Ach, come on. Das Rohr kommt man auch nicht rein, so. Ups. 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 Kann man wirklich nicht rüberspringen? Über das, über den Zaun? Nein. Über das Rohr kommt man durch. Ich hab meine Frage. Habt ihr Wann mal wiederbelebt? Ja. Achja, gut. Der ist Inno. Der ist mein treuer Begleiter. Was war denn da überhaupt? Na da unten in einem Rohr, aber ich... Ich hatte schon wieder so... Wenn du ihn tötest, dann bin ich böse. Ich hab beide Innos, deswegen müsst ihr euch nicht mehr vertrauen. Ja, ist ja gut. Da kann der Andi aber nicht so gut mit Leben, glaube ich. Flori ist direkt hinter dir, Andi, ne? Flori? Hahahaha. Hey, ich werd angeschossen. Warum ist Ex... Andi hat mich angeschossen. Doch, Andi. Flori. Flori. Was ist zum Teufel? Ja, okay, er war's nicht. Aber ich wurde grad echt angeschossen. Ja, Flori ist es, wie gesagt, ne? Nein, ich bin's nicht. Doch, bist du. Wann war ich denn jetzt? Okay. Der war's anscheinend auch nicht. Hä? Warum killt der... Oder? Wieso killt... Er dann... Warte, ich hab auch noch ganze 8 HP. Bin schiesst hier jetzt. Ähm... Ich dachte jetzt... Warte mal. Flori? 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 Flori. Aber trotzdem ist ja... Es war bei mir wie es aus deiner Richtung. Dann hab ich... Kann ja auch Andi. Ja, Andi war proven inno. No? Ey, guck mal, hast du eigentlich mal ne geile Nachricht im WhatsApp gelesen? Ja, die war ziemlich nice, aber ich konnte halt nicht drauf reagieren. Ja, ich weiß. Ich bin Dede? Ich hab mich auch aus dem Kino gemacht, zu dem Zeit von Sarsino und Kino und daher war's egal. Super. Und wie Exe gestorben ist in der letzten Runde, hab ich gar nicht mehr verstanden. Ja, Andi hat mich weggemacht, weil ich ihn gerade hatte in seinem Kino. Ah, okay. Im Prinzip war er nicht proven. Im Prinzip doch. Oh, wer ist hier? Meister, wann war der Meister des Traitans? Wen hat er... welchen Feld hat er denn weggemacht? Der hat niemand weggemacht. Er hat in die Leiche... Der hat confirmt und da war noch ein Credit drin. Im Previous, genau. Und deswegen war er Eno. Das ist so nicht zuverlässig. Ist das nicht geklappt? Ja, Andi ist zuverlässig, das stimmt. Ich versuch immer noch Wege zu finden, in denen ich von hier oben bin. ey warte mal... wieso schießt du nun das? Echse. Es ist ja irgendwo hier unten. Der ist TOPza. Nee, der ist nicht da runter gekommen. Aber ich habe irgendwas sterben gehabt. Das war knapp. Das war knapp. Hier ist die Leiche, hier ist die Leiche. Oh Mann. Ja. Fuck, 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 fuck. Wo ist der? Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, ich werde... Hier wird irgendwo in meiner Nähe geschossen. Ich bin gerade hier drunter... Hä? Ah, ich habe ihn. Wo? Unten. Ich habe ihn. Ey, schießt mich doch nicht ab. Dann guck noch, dann guck noch. Wo ist er denn? Wo ist der? Ach, da. Andi kann eh nichts nehmen. Ja. Aber ich habe leider keine Waffe. Oh. Ja, mit der Shotgun, ne? Ja, du bist er. Ich tüpfst mich. Andi. Das könnte man hinkriegen. Wo ist denn der CSGO-Skill? Oh. Da ist ja gar nichts mehr drin. Nimm die Fäuste, vielleicht triffst du dann. Ey, warte mal, ich muss jetzt... Jawoll, jawoll. Oh, Andi. Nein, alle waren irgendwo. Oh, der war's vielleicht. Es sah zuerst so aus, als hätte ich nicht getroffen. Weil... Leider kommst du diesen Sound. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Sehr viel. Was war denn das, Alter? Was war das für ein Sound? War das ein Roboter-Furz? Du, du, du. Hast du einen Töse mit einem Verstopfung, halt. Nee, Furz hört sich so an. Ich hab gesagt, nur Roboter-Furz. Nee, Furz hört sich. Warte, warte. Warte, warte. Bitte nicht töten. Oh, der Instant-Button nicht mehr Instant. Scheiße, ne? Oh, wie ist? Ich hab das gar nicht mehr drin. Ah doch, hier. Das ist ein Furzen. Das ist Furzen. Einfach so? Ja, aber ziemlich leises Furzen. Unser Tete ist ein bisschen inaktiv, oder? Ja, jetzt bin ich wieder aktiv. Das muss richtig dröhnen, ey. Das Tete macht das eh Detektiv. Das sind Dinge drungen. Thomas! Guck mal. Was war das jetzt? Ah, guck. Ah, guck. Ich muss ja gestorben. Wer denn? Ich muss aber nicht hier so eingetränkt sein. Ich find's übrigens total, dass der, dass der... Ich weiß schon gar nicht weiß. Dass ich hier so geil mit Umgammel, weil der hier so... Ja, wie? Habt ihr das nicht gehört? Ich werde angeschossen, so. Nein, weil nicht. Man war's tot, man war's tot. Wurde auch angeschossen von dem Kunden. Oh! Inge, hab ich von hinten runter angeschossen. Warte, hier. Call Detective. Keine Credits. Ja, ich hab ihn auf jeden Fall getötet. Ja, mich hat er angeschossen. Oh! Friendship! Friendship! An der Leiche. Oh! Ich zähl nix mehr! Okay, der Einzige, der nicht an der Leiche war... Gicht, 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 ist Inno. Dann ist, ist Graevis. Moment. Er ist so mit zusammengeklappt. Er ist hier hinten irgendwo. Er war hier in dem Kapuf drin. Woh! Scheiße. Nice. Jetzt mach da RTV. Ey, Wann, was ist das denn? Du willst mich immer von hinten killen. Ja, das ist halt noch was in der letzte Runde. Wenn wir jetzt noch RTV mitmachen. Das wird bei dir nicht. Nie was wird das. Gut, ich würde sagen, das war's und... Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ein...